Ich bin sehr gerne tätig und mache da expresse meine dicke, fette Liebe durch Musik oder sowas in der Art Videos, Film. Gut, aber du lebst ja auch mit einem Mann zusammen, sagst du? Wie sieht Zusammenleben für dich aus? Ich habe schon lange zusammen gelebt. Und auch mit mir selber. Okay, kommen wir zu was sehr viel einfachere. Die kleinen Pinselstriche und so die kleinen Verwandlungen, die man vornehmen kann mit Kosmetik. Ja, schrecklich oft. Erkennen dich die Leute? Ja, natürlich. Jeder erkennt mich auf dieser Welt. Jeder erkennt übrigens jeden. Und ich habe überhaupt kein Problem mit nicht erkannt werden oder erkannt werden. Stell dir mal vor. Ich bin eine ganz normale Mutti und ich freue mich, dass ich am Leben bin und dass ich so schöne Perücken gekauft habe, neulich beim Erdbeben in Los Angeles. Ich dachte jetzt noch schnell in den Perückenladen im Hollywood-Bunde war. Ich fliege nämlich morgen weg da und habe noch ganz tolle Perücken rausgezogen. Und da war auch gerade ein Aftershock noch und die ganzen Regale haben total getiltet. Und da war auch gerade ein Kind. Und da war auch gerade ein Kind.